Friedrich Nietzsche Das Zeitalter der diplomatischen Kunstfertigkeit Wir sind in das Zeitalter der diplomatischen Kunstfertigkeit eingetreten. Niemand glaubt mehr an ein Versprechen, eine gründliche Untersuchung von Notständen, an dauerhafte, unveränderte Lage der Machtverhältnisse. Man improvisiert und arbeitet mit verstellter Begünstigung bald dieser, bald jener Meinung und Partei zu. Der Zweck heiligt die unheiligen Mittel nicht mehr, aber man vergisst sehr schnell. Also, man sagt, er wird den Bedrohchen und Partei im Auftrag des ZT. Und es wird den Bedrohchen und Partei ablehört. Für die Untertitelung des ZDF,